Liebe Gäste, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die Gute, wir sind heute Abend vermutlich alle im Fernsehen. Die Schlechte, wir haben einen doppelten Triebwerksausfall. Wie viele Triebwerke haben wir denn? Also wir hatten zwei und jetzt haben wir keine mehr. Beruhigen Sie sich. Ich komme ins Fernsehen.